Kylie Jones, bevor Jonathan richtig laufen gelernt hat, konnte er schon tanzen. Mit vier machte er seine ersten Schritte auf dem Parkett. Im Alter von sechs kam Kylie zum ersten Mal zum Tanzen. Und beide trainieren jetzt sechs Tage in der Woche, vier Stunden pro Tag. Seit 1995 tanzen sie zusammen und gehören hier bei den Masters zum engen Favoritenkreis der Standardtänzer. Ebenfalls aus Engel.